Peter, Schül, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Bronze, aber noch viel wichtiger für euch wahrscheinlich Olympiasiegerbezwinger. Erzählt kurz, was geht gerade in euch vor? Das ist natürlich ein super schönes Gefühl. Wie ihr selber schon gesagt habt, dritter Platz ist erstmal nebensächlich. Wichtig ist, dass wir vor dem anderen deutschen Boot waren und uns jetzt für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Und ja, fällt ne Menge Druck von einem ab, ist wirklich schön. Jules, du hast gejubelt im Ziel, da ist ganz schön viel Druck abgefallen, oder? Ja, das auf den Fall. Erstmal dieses Jahr hat sich viel Druck angestaut und auch die letzten zwei Jahre, die hat nicht optimal liefen. Und da war natürlich dieser Sieg für uns jetzt sehr wichtig, der Sieg über das andere Boot. Aber, wie gesagt, der dritte Platz bittet sich gerade, denke ich, mal an wie ein Sieg für uns. Also, können wir erstmal glücklich sein. Und ja, der Druck ist weg. Glückwunsch! Dankeschön, danke.